Seit kurzem ist es offiziell in Genneverlange hat der amtierende Rosenkavalier André Mangold 32 seine Traumfrau gefunden. Bis zur Ausstrahlung des bereits abgedrehten Finales musste das der Bachelorpaar jedoch mehrere Wochen lang Stillschweigen bewahren. Da mit ihnen auch ja niemand auf die Schliche kam, harnten sich die Turteltauben mit Hilfe von Fake-Namen. Wir haben uns in unserem Handy sogar unter anderem Namen abgespeichert, damit nicht irgendwie mal das Handy blinkt und dann unser Name aufpoppt, geben Genny und André im Interview mit Promiflash bekannt. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de Tipps für Promiflash